Weihnachtsgeschichten Der Dickkopf und das Peterlein von Adolf Schmidhenner Der Dickkopf war die bekannteste Person in der Stadt, trotz der Erlauchtheiten, die die Hochschule schmückten. Er hieß eigentlich anders, und der Polizeihauptmann nannte ihn bei seinem Vaters Namen, aber die Schutzleute rapportierten vom Dickkopf, und jeder von ihnen hatte sich für sein Taschenbuch eine eigene Abkürzung für diesen Namen ersonnen, einer sogar ein symbolisches Zeichen. Sein Standort war an einer bestimmten Straßenecke im belebtesten Theile der Stadt. Wer nicht lediglich zum Spazierengehen auf der Welt war, mußte mindestens einmal am Tag an ihm vorbei, und wer an ihm vorbeiging, stieg vom Gehweg herunter, denn der Dickkopf machte niemandem Platz. Er grüßte auch niemanden. Früher hatte er die Studenten dadurch ausgezeichnet, daß er an seine Dienstmannsmütze griff, und denjenigen Menschen, die er als Autoritäten anerkannte, wie dem Staatsanwalt, dem Prorektor oder dem Oberpedell, hatte er vertraulich zugenickt. Jetzt aber war er für beides zu dick und zu faul geworden. Die Hände in den Hosentaschen stand er da und starrte den Vorübergehenden ins Gesicht. Zuweilen kam es vor, daß Fremde, die Hilfe brauchten, etwas betreten und zögernd den Dickkopf zu einem Dienstmannsgeschäft beanspruchten. Die wies er dann mit einer kurzen Handbewegung über die Straße hinüber, wo andere Dienstmänner standen. Er selbst befaßte sich nur mit feiner Arbeit. Die bestand im Augenzwinkern und in ein paar halblauten Worten. Es waren junge Frauenzimmer, parfümierte Damen in elegantem Putz und solche in fahrigem Aufzug der stellenlosen Kellnerin, mit denen er, während sie vorbeihuschten, das Augenzwinkern und die halblauten Worte tauschte. Nicht die saubersten Geschäfte mochten es sein, von denen sich der Dickkopf täglich nährte und häufig betrank. Aber er hatte auch seine Verdienste um die bürgerliche Gesellschaft. Zu den Leuten, denen er zublinzelte und die ihm Fragen zuraumten, gehörten auch die Geheimpolizisten der Stadt. So konnte man nicht wissen, ob es der sittlichen Ordnung zuleid oder zu lieb sei, wenn er mit einem Male aus der faulen Ruhe aufbrach, seinen Platz verließ und wie ein Mann, der weiß, was er will, irgend eine Straße hinausschob. Dann faßten die Kindermädchen ihre Pflegebefohlenen um die Handknöchel und stiegen mit ihnen vom Bürgersteig hinunter. Die Kleinen aber sagten, »Der Dickkopf kommt!« Dieser Dickkopf war es, auf denen sonderbar genug im Konfirmandenunterricht die Rede kam. Der Pfarrer sprach von der Entheiligung des Sonntags. Seine Knaben waren fast lauter arme Leutekinder, aufgewachsen in den Gassen der Altstadt, ausgestattet mit einem Schatz von Anschauungen, um dem sie keine Mutter aus einem wilden Viertel beneidet hätte, der aber die Jungen nicht daran hinderte, so fröhlich und harmlos wie möglich in die Welt zu schauen. Deshalb fand der Junge geistliche Verständniß, als er bei seinen Erläuterungen in die Wirklichkeit griff. Aber freilich die Stimmung, die die Beispiele erzeugten, war eine ganz andere als seine eigene. Eine stille Heiterkeit verbreitete sich über die Gesichter der Knaben. Nicht, als ob sie Alotria getrieben oder gelacht hätten. Sie waren ganz bei der Sache, aber die Bilder, die an ihren Augen vorübergingen, belustigten sie, und es stellten sich aus ihrem Schatze andere ein von ähnlicher Art. Vorgänge der Gasse, der Stiegen und Hinterhöfe, und die Knaben machten gerade solche Augen, wie sie zu machen pflegten, wenn sie in Neugier und Spannung zuschauten, welchen Verlauf diese Vorgänge in der Wirklichkeit nahmen. Am fröhlichsten sah das Peterleinen aus seinen Augen. Das war ein kurzer, stämmiger Junge, weiß und rot im Gesicht, mit gelben, glatten Haaren und goldbraunen Sternen. Der brachte die Lippen gar nicht mehr zusammen. Es kam ihm ein Lächeln über das andere. Die weißen Zähne blitzten, und die Augen strahlten den Leerer an in schwelgender Wonne. Das Peterlein war überhaupt eine lustige Haut, so kalt ihm der Wind durch die dünnen Hosen pfiff. Der Pfarrer hatte diese lichtbraunen Augen, aus denen das ganze Herz lachte, liebgewonnen, seitdem er einmal zwei große Thränen darin erschaut hatte. Die waren hineingekommen, als der Pfarrer seinen Schülern aus Onkel Thoms Hütte vorlas, wie die Mulattin Eliza, von den Sklavenjägern gehetzt, ihr Kind auf blutenden Füßen über die Eisblöcke des Ohio trug, und drüben am rettenden Ufer niedersank. So weit war er gekommen. Da stieg ein tiefer Seufzer aus Peterleins Brust, und als der Vorleser innehielt und ausschaute, daß seien große Tränen in Peterleins Augen glänzen. Seitdem ruhte sein Blick gerne auf Peterleins sonnigem Angesicht, und ohne dessen bewußt zu werden, naß er die Wirkung seiner Worte von ihm ab. So that er auch heute. Als er sah, wie Peterleins Augen in Fröhlichkeit schwammen, und sein Köpfchen sich neigte unter dem Übermaß des Behagens wie ein Blumenkelch unter dem Tau, da hielt der Pfarrer inne und wollte gerade abbrechen. Aber schon meldeten sich drei, vier Finger. Die Konfirmanden wollten nun ihrerseits, wie sie es gewohnt waren, etwas zur Unterhaltung beitragen. Der erste, der aufgerufen wurde, deutete auf einen Mitschüler in der hintersten Bank und erzählte, »Am letzten Sonntag ist dem Wolf sein Vater vom Wolf seiner Mutter aus dem Schottenhof geholt worden, dort hat es Freibier gegeben, dem Wolf sein Vater hat nicht mehr laufen können. Schweig und schämlich«, fuhr der Pfarrer den Jungen an. Die Kinder wandten sich alle um und schauten nach dem Sprößling des würdigen Vaters. Der arme Kerl saß in blutroter Verlegenheit und starrte die Bank an. Das Peterlein aber machte flink wie der Blitz dem häßlichen Angeber eine Faust. Der Pfarrer ergriff die Hand am Knöchel, drückte sie leise auf das Brett und sagte, »Es war nicht bös gemeint, aber ihr wisset doch, daß ihr nichts über einander und über eure Eltern hier in der Stunde sagen dürft. Wir wollen jetzt über etwas anderes reden. Du, was willst du denn?« Das Büblein eines Studentendieners stand auf und sagte, »Ich weiß noch was, der Dickkopf!« Ein schallendes Gelächter erfüllte die Stube. »Es ist doch nichts zu lachen«, schreit der Pfarrer, »was ist mit dem Dickkopf?« »Der Dickkopf hat letzt beim Kommers unserer Herren fünfundzwanzig Liter Bier getrunken. Wie kommt denn der Dickkopf auf den Kommers eurer Herren?« »Er war Vizefax, er hat meinem Vater beim Schenken geholfen.« »Der Dickkopf kann viel vertragen«, meinte ein Junge. Ein neu erstorbene Heiterkeit brach los. »Still«, rief der Pfarrer, »wie könnt ihr über so etwas Abscheuliches lachen? Mitleid solltet ihr haben mit dem armen Menschen. Der Dickkopf hat auch eine unsterbliche Seele.« Überraschend war die Wirkung dieser Worte. Eine Weile war es still. Dann aber brach das Peterlein in ein unbändiges Gelächter aus. Die anderen lachten mit, aber hörten bald wieder auf, denn sie wußten keinen Grund. Dem Peterlein aber schien die Vorstellung von der unsterblichen Seele des Dickkoffs so komisch, daß er aus tiefstem Herzen lachen mußte. Der ganze Mensch war erschüttert. Hilflos schaute er den Lehrer an mit Augen, die ihn um Vergebung baten, und mühsam brachte er heraus, »Ich muß halt so arg lachen.« »Das sehe ich«, sagte der Pfarrer, und in diesem Augenblick bemerkte er zum ersten Male, wie fein und schier geistreich die Lippen des Knaben geformt waren. »Genug jetzt«, sagte er, und strich dem Jungen, dessen Vater an den Pranger gestellt worden war, über den glattgeschorenen Schädel. Dabei sah er aber das Peterlein an, dessen Augen auf einmal mit einem großen Blick wie ins Unendliche hinausschauten. »Genug jetzt, Kinder, singt mir noch ein Weihnachtslied.« Die Knaben schnellten von ihren Sitzen. Nur das Peterlein erhob sich langsam. Er atmete aus der Tiefe, wie Kinder tun, wenn ein Gedanke sie bedrängt. Dann schlug er sein Gesangbuch auf. »Ich möchte wissen, was in seiner Seele vorgeht«, sagte der Geistliche zu sich, als er nach Hause ging. Dabei dachte er aber nicht an die unsterbliche Seele des Dickkopfes, sondern nur an das Peterlein. Als das Peterlein von der Konfirmandenstunde nach Hause ging, begegnete ihm der Dickkopf. Den Schädel vorgestreckt, gleich einem Mauerbrecher und mit den weit abstehenden Armen schlegelnd, schob er die Gasse herab. Das Peterlein ging ihm langsam entgegen und schaute ihn mit seinen großen, freundlichen Augen an. »Guten Tag, Dickkopf«, rief es ihm zu, als es ihm auswich. Der Dickkopf sagte etwas, das klang wie »Hm«, blieb stehen und wandte sich um. Da lachten ihm Peterleins Augen entgegen, voll goldigen Sonnenscheins, und das Apfelgesichtchen nickte ihm freundlich zu. Dem Dickkopf war so etwas noch nie begegnet. Er wußte nicht, was das bedeuten sollte. Wäre sein Kopf nicht zu dick gewesen, er hätte ihn geschüttelt. So aber begnügte er sich, noch einmal zu brummen, wandte sich um und ging seines Weges. Seit dieser Begegnung war zwischen dem Dickkopf und dem Peterlein ein Gespinst angefangen, und jeder zog einen neuen, zarten Faden dazu. Der Dickkopf stand auf seinem Platz, und wenn die Schulzeit kam, beehrte er die Hauptstraße mit seinem Rücken und schaute die Gasse hinab, von der das Peterlein herkam. War die Schulzeit um, so streckte er sich und schaute die Hauptstraße entlang, bis er Peterleins blaue Jacke entdeckt hatte. Das Peterlein lachte ihn schon von Weitem an, der Dickkopf aber grinste über sein dickes Gesicht und nickte dem Peterlein freundschaftlicher zu, als er je einem Prorektor früher getan hätte. Und als ihm gar einmal das Peterlein am Fuße eines hohen Treppenhauses ein Briefchen aus der Hand genommen und gesagt hatte, »Ich will's dir schnell hinauftragen, Dickkopf, oh, ich weiß, an Fräulein Lohny vom Varieté«, da faßte der Dickkopf einen großen Entschluß. Und da es am Tage vor dem Fest in der besten Konditorei der Stadt seine Aufträge als Kommissionär besorgt hatte, fügte er mit besonderer Eindringlichkeit eine Privatbestellung hinzu. Es war die letzte Rüstzeit des Heiligen Abends. Schon wurden hier und dort, wo die Kinder noch klein waren und früh zu Bett sollten, die Lichter des Christbaums angezündet, und wo der Kerzenglanz noch säumte, da lauschte er hinter den Gardinen, bis alles für ihn bereitet sei. In den Lebensmittelläden war ein hastiges Wesen. In einsilbiger Eilfertigkeit machten die Verkäufer ihre Sache ab, und die Kunden waren so ungeduldig wie die thörichten Jungfrauen beim Ölkrämer. So verkrochen sich die letzten Zipfel des Werktages. Sie konnten's kaum hurtig genug, denn sie schämten sich vor dem aufsteigenden Schimmer der Heiligen Nacht. In dem Wurstladen auf dem Georgenplatz hielt der Werktag am längsten aus, und das Peterlein mußte ihm dabei helfen. Es saß auf einem Bänkchen an dem großen Ladenfenster, hatte seine ernsthafte Amtsmiene aufgesetzt, und seine Augen folgten aufmerksam den Gebärden der Verkäuferin. In seinem Arm lehnte eine Stange mit eisernen Haken, und kaum hatte die Verkäuferin mit sanften Augen Aufschlag, Schwartenmagen oder Schinkenwurst gesagt, so hatte das Peterlein das Verlangte von der Decke heruntergeholt und den dicken Wulst auf den Marmortisch gelegt. Endlich war die letzte Köchin draußen. »Gottlob!«, sagte die Verkäuferin, und ließ den Rollladen herunterschnurren. »Komm, Peterlein, jetzt sollst du dein Christkindchen haben!« Sie führte den Knaben in das Nebenzimmer. Ein Weihnachtsbäumchen stand auf dem Tisch. Das Mädchen zündete einige Lichtchen an und sagte, »Hier, die zehn Mark und das Zuckerbrot sind von der Herrschaft. Die Strümpfe habe ich dir gestrickt. So, jetzt nimm alles zusammen und geh flugs heim. Aber halt, den Schinken hast du noch zu besorgen zu Professor Persius in der Gartenstraße. Laßt ihr ihn gleich von der Köchin bezahlen!« Das Peterlein bedankte sich schön und steckte seine Gaben in die Taschen. Aber alsbald packte es die Strümpfe und das Zuckerbrot wieder aus und sagte, »Ich will lieber später meine Sachen holen, ich kann sonst nicht so schnell laufen. Können Sie mir nicht statt des Geldstücks zwei Fünf-Mark-Taler geben?« Das Mädchen ging in den Laden hinaus und suchte in der Kasse, während das Peterlein die Strümpfe und das Zuckerbrot in einen Pack zusammenschmierte. »Hier sind zwei Funkelnagelneue,« sagte das Mädchen und legte die Silberstücke auf den Tisch. Das Peterlein dankte, steckte die Münzen in die Tasche, nahm den Schinken unter den Arm und griff nach seiner Mütze. Aber unter der Thüre wandte es sich um und sagte, »Fräulein Anna, darf ich den Weihnachtsbaum mitnehmen?« »Den Weihnachtsbaum?« »Den hat unser Fräulein für das ganze Personal gebracht, aber die anderen werden ihn nicht vermissen. Du bist der Jüngste. Nimm ihn nur und trag ihn heim, ich will's verantworten, aber besorg mir den Schinken heute noch.« »Vielen schönen Dank und vergnügte Feiertage,« sagte das Peterlein und gab dem Mädchen die Hand. Dann legte er sein Päcklein in den Fensterwinkel. »Morgen hol ich's!« Und er nahm den Schinken unter den Arm, setzte die Mütze auf und ergriff das Bäumchen mit beiden Händen unten am Stamm. Die Verkäuferin öffnete die Tür. »Gute Nacht! Gute Nacht!« Langsam und vorsichtig ging das Peterlein die nächste Gasse hinab. Bei jedem Schritt schlugen die Glasköckchen an und klirrten leise. Es war finster zwischen den hohen Mauern, denn diese hatten keine Fenster, und die einzige Gaslaterne brannte unten am Ausgange der Gasse. Wer oben stand und hinunterschaute, sah nichts, aber hörte, wie die geheimnißvolle Stimmlein des Weihnachtsbaumes die Gasse hinunterschwebten. Jetzt hörte das Klirren auf, denn das Peterlein war stehen geblieben. Der Schinken wollte ihm hinunterrutschen. Das Peterlein bückte sich, stellte das Bäumchen auf den Boden und schob den Schinken in die Achselhöhle hinauf. Dann ergriff er das Bäumchen wieder mit beiden Händen und ging sachte, sachte weiter. Der Dickkopf wohnte zum Glück ganz nahe. Er hauste in der Gerbergasse. Die hatte keine Hausnummer, rechts war sie von einer Fabrikmauer begrenzt, links von den Hinterhöfen und Lohkammern einer weitläufigen Gerberei. In einem Speicher, zu denen die Höfe führten, wohnte der Dickkopf. Der Knabe hielt vor dem Hoftorpförtchen, stand auf. Der Kettenhund knurrte, aber die Kinderschritte mochten ihn beruhigt haben, er legte sich wieder in seine Hütte. Mitten über den Hof ging eine düster brennende Laterne. Ihr Schein beleuchtete eine schmale steinerne Treppe, die zu dem gegenüberliegenden Gebäude führte. Das Peterlein stieg langsam die Stufen hinauf und stand vor einer schwarzen Wand. Er stellte den Weihnachtsbaum neben sich vor die Schwelle und suchte mit den Händen in der Höhe. Jetzt hatte es die Klinke gefunden. Auch diese Thür war unverschlossen. Das Peterlein drückte sie auf, dann nahm er sein Bäumchen und trat in den Flur. Dicht neben der Thür hockte es sich auf den Boden und ließ den Schinken, der schön in sein blaues Packpapier eingewickelt war, in den Winkel kleiden. Dann richtete er sich auf und ging rasch an den dämmerigen Gang hin. Am Ende des Ganges hing eine Ampel an der Wand. Dort ging es um die Ecke. Das Licht erhellte eine hölzerne Stiege. Das Peterlein eilte hinauf, so rasch es konnte, und stand in einem weiten Speicherraum. In zur rechten Hand waren einige unter das Dach gezimmerte Kammern, und eine an der Wand hängende Sturmlaterne lud ein, dorthin zu gehen. Das Peterlein schlich jetzt auf den Zehen. Vor der Thür, neben der die Laterne hing, blieb es stehen und laß auf einer rosenroten Visitenkarte »Dickhoff, Kommissionär«. Das Peterlein lächelte vergnügt, ging mit seinen Bäumchen hinter einen Kamin, wo Schutz vor dem Luftzug war, stellte das Bäumchen auf den Boden in die Nähe von einem Haufen zerbröckelten Lockhäse, holte ein Feuerzeug aus der Tasche und zündete die Lichtlein an. Der Dickhoff saß in seinem Zimmer und war in eine schriftliche Arbeit vertieft. Er saß auf einem blaugeblümten Sofa vor einem kleinen hölzernen Tisch. Vor ihm lag ein Bogen Briefpapier. Links oben, über den Worten »Geehrtes Fräulein Edith«, war eine rote Marke für die Antwort aufgeklebt. Er tauchte gerade gewichtig die Feder in das enghalsige Tintenfläschchen, um hinter das letzte Wort, das er geschrieben hatte, ein paar Ziffern zu malen, da öffnete sich leise die Thür und das Peterlein kam herein, auf den Zehen, barhäuptig, lächelnden Angesichts. Er winkte seinem Freunde stillschweigend zu, ging leise auf den Tisch los, ergriff die Lampe, wie wenn es so sein müsse, und trug sie, ohne ein Wort zu sagen, mir nichts, dir nichts, zur Stube hinaus. Auch der Dickkopf hatte kein Wort gesagt, so erstaunt und erschrocken war er. Er ließ den Federhalter in dem Tintenfläschchen stecken und strich sich mit der linken Hand über die Stirn. Da trat sich die Thür weit auf, und das Peterlein kam noch einmal herein und hielt den brennenden Weihnachtsbaum in beiden Händen. Langsam und feierlich schritt es vor. In der Mitte der Stube blieb es stehen, hielt den Weihnachtsbaum zur Seite, so daß sein Köpfchen frei war, schaute dem Dickkopf mit seinen Augen ins Gesicht und rief mit Glocken heller Stimme, »Fürchte dich nicht, Dickkopf, siehe, ich verkündige dir große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn dir ist heute der Heiland geboren. Dickkopf, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids?« Hierauf trat das Peterlein an den Tisch und stellte das Bäumchen darauf, griff in die Tasche und legte das Fünf-Mark-Stück davor. Es prüfte mit den Augen, ob der Baum gerade stünde. Dann schaute es noch einmal den Dickkopf lächelnd an, neigte sein Köpfchen, wandte sich langsam um und ging leise, wie es gekommen war, zur Thüre hinaus. Der Dickkopf stützte sein schweres Haupt zwischen die Hände und schaute in die Lichter seines Weihnachtsbaumes hinein. Er schaute das blanke Geldstück an und drehte es im Kreise herum. Es wurde ihm heiß und wunderlich zumute, und es ist nicht sicher, ob die schweren Tropfen, die auf das Fünf-Mark-Stück niederfielen, von der Stirn oder anderswoher kamen. Mit schiefen Augen schaute er den Brief an, an dem er geschrieben hatte, und machte dabei ein Gesicht, wie er zu tun pflegte, wenn ihm das Bier nicht schmeckte. Er schob ihn zur Seite. Dann legte er beide Arme auf den Tisch und seinen dicken Kopf darauf. Die Herzbewegung hatte ihm Schlaf gemacht. Als das Peterlein den Schinken an seinem Ort getragen hatte, sprang es leicht füßig und lustig seinem Hause zu. Ach, wie freute es sich auf seinen Weihnachtsbaum! Oben an der Gerbergasse dachte es, will doch schauen, ob seiner noch brennt. Es lief die Gasse hinunter, öffnete das Hofthor und schaute zum Fenster hinaus. Ja, der Weihnachtsbaum brannte noch, aber was ist das dort, der unheimlich flackernde Lichtschein? Das Peterlein wollte schreien, aber die Kehle war ihm zugeschnürt. Einen Augenblick lang stand es starr. Dann flog es wie der Wind an dem heulenden Kettenhund vorbei die steinerne Treppe hinauf. Die Tür war offen. Das Peterlein stürzte hinein. Ein heftiger Luftzug kam ihm entgegen und klirrend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Vom Boden herunter, den Gang her, wirbelte schwarzer Rauch. Das Peterlein flog die Stiege hinauf, durch den Speicher sauste der Wind und jagte die Flammen auf den Dielen hin und drückte sie an die Bretterwand. Sie quollen aus dem Winkel, wo das Peterlein vorhin den Weihnachtsbaum angezündet hatte. Das Peterlein stürzte in die Kammer. Die war schon voller Rauch, und die Lichter des Weihnachtsbaumes brannten trübrot. Der Dickkopf aber hatte den Kopf auf die Arme gelegt und schlief. Auch wenn der Dickkopf schlief, dann gab es ein Stück. »Dickkopf!« rief das Peterlein und rüttelte den Mann. Aber der schlief und schlief. »Dickkopf! Lieber Dickkopf! So wach doch auf!« jammerte der Knabe und versuchte es, das schwere Haupt in die Höhe zu heben. Da! Endlich schlug der Dickkopf die Augen auf, aber im nächsten Augenblick sah er sich entsetzt um. Die Stube war voller Rauch, und draußen auf dem Speicher schwirrten die Flammen. Er sprang von seinem Sitz und eilte mit Peterlein zur Tür hinaus. Ein großer Teil des Speichers war voller Feuer, doch der Weg zur Stiege noch frei. Hand in Hand sprangen sie darauf zu, aber unterwegs fiel ihm Dickkopf sein Fünfmarkstück ein. »Auf!« keuchte er, »ich habe etwas vergessen!« »Ich bleibe bei dir!« »Nein! Spring! Ich komme gleich nach!« Der Dickkopf eilte ins Zimmer zurück. Die Tür ließ er hinter sich offen stehen. Er suchte auf dem Tisch, auf dem Boden, der Feuerschein vom Speicher her leuchtete ihm dabei. Endlich im Fensterwinkel fand er sein Weihnachtsgeschenk. Er eilte hinaus und sah, daß das Feuer bis an die Stiege gelaufen war, auch von unten leckten schon die Flämmchen herauf. Das Peterlein mußte längst im Freien sein. So eilte der Dickkopf einer anderen Stiege zu, die in den großen Vorderhof mündete. Das Peterlein aber stand unten hinter der Tür, durch die es gekommen war. Die Tür war in der Falle, und sie hatte keine Klinke. Ach! Wohl besaß sie eine Klinke, aber die war aus dem Schloß gefallen, als der Wind die Tür hinter dem Peterlein zugeschlagen hatte. Und jetzt lag sie unten auf dem Boden, dicht neben dem Thürbrett. Das Peterlein in seiner Todesangst dachte nicht daran, daß die Klinke unten liegen könnte. Es dachte überhaupt nichts. Mit zitternden Händen griff es und griff es. Ja, hier war das Loch, hier war der eiserne Stift, es konnte ihn fassen mit den Fingerspitzen, aber öffnen konnte es nicht. Da lief das arme Kind den raucherfüllten Gang zurück, die Stiege hinauf über die züngelnden Flammen hinweg in den schauerlich erleuchteten Speicher hinein, und »Dickkopf, Dickkopf« rief es jammernd in den qualmenden Rauch und in das tobende Feuer. »Unkraut verdirbt nicht, der Dickkopf ist da«, sagten draußen die Löschenden zueinander. »Es wohnt kein anderer Mensch drin. Lasse den alten Kasten verbrennen.« Und sie richteten die Schläuche auf die umliegenden Gebäude. »Dort ist jemand«, rief plötzlich eine helle Kinderstimme, »oben am Fenster!« Hundert Augen richteten sich in die Höhe. Es war nichts zu sehen als der flackernde Schein. »Ein Mensch«, schrie ein Feuerwehrmann, »jetzt hatten es die hundert Augen gesehen. Es ist ein Knabe, er ist am Fenster vorbeigelaufen.« »Das Peterlein ist's«, rief eine Kinderstimme. Es wurde todesstill unter den Männern, aber nur für einen Augenblick. Dann gelten die Signale, und die Wasserstrahlen zielten nach jener Stelle hin. Die auflodernden Flammen spotteten des ohnmächtigen Thaus. Man legte einen Leiter an, aber das durchglühte Gebälk zerbrach unter ihrer Last. Zwei todesmutige Männer stürzten nach der einzigen noch zugänglichen Thür, aber als sie sie aufgestoßen hatten, trieb sie die Gewalt des Qualmes zurück. »Es darf kein Mensch hinein«, rief der befehlende Beamte, »Rettung ist unmöglich, kein weiteres Leben darf gefährdet werden.« Da schob sich eine dicke Gestalt durch die Menge. Wer nicht auswich, wurde sanft, aber nachdrücklich auf die Seite gestellt. Gerade auf die Treppe steuerte sie zu, den dicken Kopf vorausgestreckt, gleich einem Sturmbock und mit den Armen segelnd, gerade so, wie sie durch die Hauptstraße zu schnauben pflegte. »Haltet ihn zurück!« Aber der Dickkopf schleuderte den Schutzmann, der ihm den Weg abgelaufen hatte, die Treppe hinunter und ging wie einer, der es eilig hat, durch die glührote Luft auf die qualmende Pforte zu und zur Pforte hinein. »Peterlein!« »Dickkopf!« Und er hielt den Knaben in den Armen, hob ihn an die Brust, das Kind schlang die Arme um seinen Hals und pack das Gesicht an seiner Schulter. Der Rauch wirbelte heran, den Mann zu erwürgen. Aber das Herz, das an seinem Herzen klopfte, gab ihm Kraft. Er raffte sich auf und schritt mit seiner Last über die heißen Palken an den düster glühenden Wänden hin durch die qualmende Nacht. Ein Funken-Gesprüh schnitt ihm den Rückweg ab. So wankte er dem Winkel zu, wo eine an die Mauer geschmiedete Leiter in die Häutekammer hinabführte. Draußen hörte man nichts als das Knarren der Spritzen und halblaute Kommandoworte. Sekunde um Sekunde verging. Alle Augen schauten nach der Pforte, durch die der Dickkopf verschwunden war. Es qualmte und qualmte aus ihr, und jetzt schlug die erste schlanke Lohe heraus. »Sie sind verloren!« sagte der Oberbürgermeister zum Polizeihauptmann. Da rief die Kinderstimme von vorhin. »Dort steht er!« »Wo, wo?« »Dort unten, hinter dem vergitterten Fenster!« »Wasser! Wasser!« schrie eine heißere Stimme aus dem Haufen. »Zielt über das Fenster! Der Strahl wirft ihm sonst um! Er hat das Kind im Arm! Das Fenster ist vergittert! Eine Eisenstange her! Sie können nicht da raus! Stoß den Krems hinein! Um Gottes Willen, schnell!« Dann wurde es wieder still auf dem weiten Platz. Und jetzt hörte man die dumpfen Stöße, die Rettung bringen sollten. Aber nach dem dritten warf der Grobschmied heulend das Rammeisen weg, das noch eine Weile in der Lache auf dem Boden rauchte. »Mehr Wasser! Sonst kann kein Mensch arbeiten!« Ein Zweiter war herangesprungen und schwang einen triefenden Balken und stieß ihn gegen das Gitter. Aber obgleich ihn der Sprühregen überschüttete, der von der Mauer zurückprallte, jagte ihn die fürchterliche Hitze weg. Der Krems hielt noch. Ein Dritter von den todesverachtenden Männern sprang er zu über den brennenden Balken hinweg und holte aus zum Stoß. »Halt!« rief eine helle Stimme. »Nicht stoßen!« Der Mann warf das Eisen weg und sprang dicht an das Fenster. Da sah man, wie der Dickhoff mit seinen aufflammenden Händen das Gitter aus den Steinen riß. Der Mann draußen griff mit seinen Armen zum Fenster hinein. Da brannte sein Wams. Der Wasserstrahl wurde auf den Retter gerichtet und warf ihn zu Boden. Ein anderer sprang ans Fenster. Hinter dem Fenster, von Flammen umwogt, stand der Dickkopf. Er sah in der Rindshaut, die er um sich geschlagen hatte, noch unförmlicher aus als sonst. Er ist immer da. Er ist zu Boden gestotzt. Jetzt ist er wieder aufgestanden. Er hält das in ein Fell eingeschlagene Kind in den Händen und schiebt es beruhtsam aus der Luke, so wie der Postschaffner ein lang geratenes Paket zum Schalter hinausschiebt. Nicht nur zwei, vier, sechs Hände nehmen es in einem Empfang. Zwei Männer tragen es durch die Menge, in der sich stilleitle Gasse bildet. »Das Peterlein lebt!« ruft jemand. »Der Arzt sagt, es kommen wir davon!« schallt es aus einem Schuppen herüber, in dem man das Kind getragen hatte. Ein Jubelschrei erfüllt die Luft. Wie es verhallt, ruft die Kinderstimme. »Der Dickkopf!« Alle schauen nach dem Fenster, aus dem sich leuchtender Qualm drängt. Vorhin hatte er seinen Kopf und die Arme herausgestreckt. Ein irre gegangener Wasserstrahl hat ihn zurückgeworfen. Mehrere behaupten, jeder sagt dem anderen nach. Keiner hat es gesehen. Der Raum hinter dem Fenster ist mit blendendem Rauch erfüllt. Jetzt schlägt eine Flamme vom Boden in die Höhe und leckt zum Fenster heraus. Aber sie zieht ihre Zunge gleich wieder zurück, denn draußen gibt es nichts zu fressen. Als der Tag graute, war die Gerberei niedergebrannt bis auf das wenige Gemäuer. Das Peterlein war in das Krankenhaus verbracht worden. Es lag in einem weißen Bett, über und über verbunden. Von dem Gesicht sah man nur die Nasenspitze und die Augen. Soeben hatte der Arzt den Verband erneuert. Er stand in der Fensternische und sagte zur Oberschwester, »Es thut ihm nichts, das Rindsfell hat ihn wunderbar geschützt.« Da kam ein Aufwärter in den Saal herein und brachte eine große, runde Holzschachtel. Die hat soeben ein Konditorsjunge für das Peterlein abgegeben. Es hätte sie ihm schon gestern Abend bringen sollen, aber über den Brand sei es vergessen worden. Er habe gehört, daß das Peterlein in das Krankenhaus gebracht worden sei, drum habe er die Schachtel gleich hierher getragen. So berichtete der Aufwärter der Diakonissin, die der Thür zunächst gewesen und darum herzugeeilt war. Peterleins Pflegerin, die die Botschaft nur halb vernommen hatte, nahm der Schwester die Schachtel aus der Hand, legte sie auf das Bett des Knaben und hob den Deckel weg. »Gib acht, gib acht«, sagte sie, »die schickt dir wohl der Oberbürgermeister. Er hat vorhin fragen lassen, wie es dir gehe.« Der Knabe hob den Kopf ein wenig und schaute mit lächelnden Augen hin. Aber nach dem ersten Blick stieß er einen Schrei aus, so jammervoll, daß der junge Arzt erschrocken herbei eilte. In fettem Zuckerguß trug die Prinzregententorte die Aufschrift »Der Dickkopf, seinem lieben Peterlein, zum Heiligen Christfest«.